Hi, grüß dich! So, zum einen ist es natürlich extrem wichtig, dass du als Stürmer und offensiver Mittelfeldspieler die Tore machst, so wie du eben gesehen hast, also heißt, dein Abschluss ist natürlich extrem wichtig, denn daran wirst du gemessen. Allerdings, zum anderen ist es extrem wichtig, da oben drin fokussiert zu sein. Immer wieder, ja, 100% Leistung bringen zu können, immer wieder in Drucksituationen da zu sein, zu wissen, wie muss ich mich verhalten, was muss ich machen, damit ich immer wieder den Fokus und diese Aufmerksamkeit auf die Situation lenken kann. Aus diesem Grund habe ich mich natürlich darauf spezialisiert, Sport-Mental-Training, das nochmal runtergebrochen und sehr speziell eben für offensive Mittelfeldspieler und Stürmer. Das ist ein großer Teil meines Coachings, meines Mentorings und deswegen wünsche ich dir jetzt nach wie vor viel Spaß auf meinem Kanal und stay tuned, es werden noch weitere Tipps und natürlich auch Impulse folgen. Schönen Tag wünsche ich dir! Grüße? Grüße? Grüße?